So, pass auf, der war leer, ne? Ja. Oh, Elisabeth träumt. So, öffnen. Wo sind die im Wasserhahn? Ah, hier. Hä, wie geht das? Wie funktioniert das? So. Oh ja, okay. Lupront, ne? Ja. Okay, cool. So, wir haben Kanister, 20 Schlitter mit Wasser. Sehr gut. Also, verduchten sollten wir erstmal nicht. Okay. So, dann fahren wir das Auto raus. Wat für ne Bummskarre, ne? Junge. Jenny, grüß dich. Moment, gibt's da echt Mods? Nee, hat man schon geguckt. Ähm, Joe. Ist das schwer, so Mods hier einzufügen? So, wie war das? Stromleitung muss auf der rechten Seite sein, ne? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Guck mal, wie fängt das denn schon wieder an hier? Oh! Oh! Fangen wir zu. Feet, grüß dich. Feet, wie geht's dir? So, steht hier irgendwas? Nein. Okay. So, dann geht's los. Alter Klepper, ne? Und was sind das für ein Mod? AI, Traffic Mod, was heißt Traffic Mod? Dass da noch andere Fahrzeuge rumfahren oder was? Tropical Mod, was ist das? Tesla Cybertruck. Gegenverkehr. Ach du Scheiße. Ne, kann ich nicht brauchen. Was? Tankdeckel? Oh, du Junge. Du bist mein Engel. Du bist meine Rettung. Warte, zu. Oh. Aber man, glaube ich, verliert. Man verliert keinen Sprit, oder? Lichtschwer, grüß dich. Wie geht's dir? Na? Nicht schwer. Tropische Settings und mehr. Und sieht das einigermaßen gut aus. Immer gut, wenn ich dich sehe. Ja, das ist schön. Das ist schön. Na, sag mir, wann du. Sag mir, wann. Oh. Sag mir, wann du. Sag mir, wann du. Junge, das ist aber eine Lenkung hier. Oh, guck mal. Was für eine Gurke. Der Tesla Cybertruck. Ja, ob man den so haben muss, weiß ich nicht. Aber dieses Tropical hört sich ganz okay an. Da hinten ist ein Schiff, ne? So, wir mussten leider neu anfangen, weil wir einen verbackten Spielstand hatten. Kann ich natürlich nichts für. Ich wollte das nur mal erwähnen. An meinen spielerischen Künsten kann das nicht gelegen haben. Gibt bestimmt auch so einen Wohnwagen. Weiß ich nicht. Die haben ein paar neue Sachen hinzugefügt. Ein paar Fahrzeuge. Aber was kann ich dir nicht sagen. Lucy's kommt. Zoli. Nein. Zoli, ich klatsch dich, Junge. Die Scherzefakt, Junge. Die erbleckst, ne? Saß ich gestern mit Elli draußen und mit Lucy an der Leine. Kamen den Nachbarn vorbei. Ja, was ist denn das? Mit Katzen kann man auch spazieren gehen. Ich sag, ja. Kann man kaum glauben, aber ist so. Geht die auch an der Leine? Ich sag, sonst hättest du sie wohl nicht an. Marcel, ne? Snowflord. Was? Ach, Snowflord. Wie geht's dir, Diablex? Alles gut? Alter Feuerwehrmann. Guck mal, das Auto ist doch scheiße. Marcel grüßt dich. Soweit ja und dir. Halt gut. Halt gut. Ah, Gott. Freeze, ne? Das Auto ist top. Nee, das ist scheiße. So. Was ist das da hinten? Das ist ein Stein oder was ist das? Essen, trinken hast du ja genug. Ich glaub, das ist ne Bude, ne? Ist das ne Tankstelle? Wir können sowieso pennen jetzt. Ja. Okay. So, pass up. L. I. Handbremse. Schlafen. Kann noch nicht schlafen. Ich werd bekloppt. Was? Hier ist ein Hillybilly. Wo? Da. Komm da. Hä? Was? Du doof. Guck mal. Ist deinem Brot gefallen? Ich denk grad, wo ist der denn? Wie geil ist das denn? Okay. Okay. Ah, schön. Was ist das? Ich kann das nicht sehen, oder? Das ist der Geheimgang. Was für ein Geheimgang? Ich seh nix. Guck mal, jetzt sitzt der da am Loch. Ist am meckern. Kann ich jetzt schlafen? Warte mal. Ja. Okay. Mal gucken, ob der gleich immer noch im Loch ist. Schön. Der ist immer noch am Schimpfen. Wat is? Ich komm da gar nicht hoch. Mal reinzugucken. Okay. So, was haben wir hier? Nix. Körbchen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So. Okay. Nee, ist immer noch das von gerade. Wow. Okay, hier ist nix. Ähm. Hier haben wir aber neun Reifen. Der ist ja nagelneu. Lass mal grad gucken. Der ist auch noch gut, ne? Die sind alle gut. Ja. Warte. Show. Show. Okay. Show. Da war noch was drin, ne? Wo war was drin, ne? Hier ist das Scheißhaus. Bah. Ekelhaft. Was ist das? Ne Brille. Tab anziehen. Nein. Wie zieh ich die wieder aus? Hä? Och nee. Wie geht dat? Warte. I? Nee. Wie krieg ich die wieder weg? Wie? Jetzt sieht das aus, wenn hier Gras angebaut wird. Wie krieg ich das wieder weg? Wie geht dat? Tab? Nein. 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 Tab wieder. Nein. Matze, lass mich in Ruhe. Guck mal, wegen dir hab ich so ne scheiß Brille an. Oh. So ist gut. Okay. So. Jetzt haben wir schon 300 Kilometer hinter uns. Sag mir, wann? Sag mir, wann? Wer von euch war heute unterwegs? Also so feiern, Bierchen trinken und sowas? Hä? Wer? Macht das noch jemand? Ich komme gerade vom Angeln. Angeln war ich schon lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo mein 5-Jahres-Fischereischein ist. Keine Ahnung. Ich hab aber auch nichts mehr. Ich hab damals alles dem Toto geschenkt. Ah, nein. Uh. War langsamer. Bei 650 Subs gibt's einen 8-Stunden-Stream. Und bei 1000 Subs sogar 12 Stunden. Die Spiele dürft ihr aussuchen. Das ist schon mal verkehrt. Das hab ich nie gesagt. Ich hab gesagt, ein Spiel, ein Spiel dürft ihr aussuchen. Angeheftet von Ohrenhäschen. Ich komme gerade vom Angeln. Was? Hör mal, habt ihr getrunken? Okay. Da hot sie am Arsch. So. Ach, schön. Falscher Pin. Oh. Was ist das da hinten? Das ist ein Haus, ne? Oder? Warte mal. Jetzt hab ich diese Drecksbrille an. Ja. Okay. Wie krieg ich die Brille weg? Mit X? Sicher. Aber wie kann ich die denn... Ah, okay. Danke. Da ist ein Turm. Wir fahren zu dem Häuschen da. Obwohl... Nee, erstmal zum Turm. Guck mal, das Auto. Gut. 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 Na, da geh ich nicht hoch. Nee, nee. Weiter. Was läuft denn hier für ein Bait? Ja, frag mal hier. Hotze und Matze und... Ja. Solche Leute. Na, geht's hier besser? Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Bibi und Tina am Arsch. Immer diese Anonymen, wa? Ein anonymer Geschenkgeber hat... Ich will hier raus. Nee, du bleibst hier. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ich will hier raus. Ja, geht's dir besser? Ich weiß gar nicht, ob da ein Gegner war. Ich musste neu anfangen, wa? Ich hatte nichts mehr zu trinken. Bin nur verdurstet. War hier nicht auch eine Garage? Doch da, ne? Oder steht nichts drin? Nee, hier gibt's gar keine Garage. Okay. So, pass auf. Handbremse. Motor. Aus, da kommt schon der Hilly-Billy. Wo ist der? Da. Hä? Komm her! So. Autotüre? Nee, wollen wir nicht. Kaffee... Hier. Benzin. 1,1 Liter. Komm her. Nimm mal mit. Wasser haben wir noch. So. Muss ich dafür den Deckel aufmachen? Nee. Okay. So. Guck mal, Matze, du kriegst wenigstens eine Antwort. Ich krieg keine Antwort. Frag zweimal, krieg keine Antwort. Schwamm. Schwamm. Nix. So. So. Haben wir hier was Schönes? Gibt's hier auch was? Guck mal, hier ist ja nix. Was ist denn das? Hier ist überhaupt nix. Wie kann ich denn hier an der Leiter? So. Huh. So. Ja, das hat sich ja gar nicht gelohnt hier. Bis auf einen halben Liter. So. Sollen wir mal das Klo mitnehmen? Was mach ich denn jetzt? F stoßen. Wie komm ich da wieder weg? Ultimate. Guck mal, ich kann den Bogen pinkeln. Bis dann, na? Ich lieg in meiner eigenen Scheiße. Ja, aber wie komm ich denn hier wieder weg? Oh, so. Okay. Warte. So. So. Kann ich das vielleicht anheften? Diese wunderschöne Keramik. Wie lieber das ist. Dresdner, wie geht's dir? Lass mal gucken, ob man das anheften könnte. Nein. Okay. Dann können wir hier wieder abhauen. Warte mal. Das geht erstmal weg. So. Warum muss die Freundin im Fußraum liegen? Was? Das ist Luftlaut. Dankeschön für 13. Dankeschön. Vielen Dank. Von wo bin ich jetzt gekommen? Ähm. Warte, da hinten habe ich den Turm gerade erblickt. Guck mal, das Auto ist so scheiße. Da ist doch der Turm, ne? Da ist die Straße. Da. Mach eine Mütze draus. Was? Aus Susi? Oder was? Hä? Ach, Rugi, du hast gar keine Ahnung. Pharao, Mann. Viel elementarer. Warum hat sie keine Beine? Was? Guck mal, was euch beschäftigt, wa? Pharao, Mann. Dankeschön für 32. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. So, da ist die Straße. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Hier, ne? Ja. Ha, Dankeschön. So, wo haben wir die? Auf der rechten Seite müssen wir die haben. Okay. Brems. So. Okay. Weiter geht's. Hast du schon mal 24 versucht geschafft? Ja klar, 24 habe ich schon gemacht. Ein paar Stück. Da war ich aber noch jung. Das war so 2.16, 2.17, 2.15. Ja. Ach, Mamba. Das ist eine Sau. Das schafft er nicht mehr? Ne. Ohne Füße würde er das sicher auch schaffen. Was würde ich schaffen? Hä? Was? Ist es? Ist es wieder so weit? Ja? Oh, 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 oh. Aber was langsamer. Du kannst ja gar nicht so lang sitzen. Manche Menschen, ne? Da fragst du dich, wo dran hat es hier liegen? Na, Gerrit, wirst du wieder gemobbt von der Frau? Wir können schlafen, glaube ich, ne? Kann ja alle drei Stunden in Kassett machen, was? So ein Schlaf-Stream. So, pass auf. Kann noch nicht schlafen, toll. Da hinten ist ein Schiff, ne? Da müsste ein Schiff sein. Die Kochzeitpflege kommt auch nur... Ich brauche keinen Pfleger. Guck mal, wie ihr seid. Richtig gemein heute. So. Wieso kann ich noch nicht schlafen? Innen drin geht das, wenn ich Susi angucke. Ich frage mich gerade wirklich, warum habe ich eine Gummipuppe im Auto? Eine halbe? Und ein Porno-Häftchen. Und ihr habt es, wenn ihr ein Korrekt schlafen. Dannpliciere ich noch nicht. Ich bin nur ein Karrekt, wenn du das Farbe rauskriegst. Dann geht es um das Kassettkriegst. Vielen Dank.